Automation mit Zukunft. Dafür steht Spangler. Spangler ist ein Familienbetrieb. Wir haben 150 Mitarbeiter und wir automatisieren alle möglichen Anlagen für unsere Kunden auf der ganzen Welt. Spangler mit Sitz in Töging im Altmühltal verbindet traditionelle und fortschrittliche Werte. Die ständige Optimierung bestehender Lösungen und die permanente Suche nach neuen Wegen für Spangler eine Selbstverständlichkeit. Deshalb liegt Spangler auch die Qualifikation seiner Mitarbeiter sehr am Herzen. Weiterbildung generell bei Spangler ist super wichtig, weil hier Menschen etwas planen, Automatisierungslösungen planen für den Kunden oder auch mit dem Kunden gemeinsam. Das heißt, es sind immer die Mitarbeiter, die diese Lösungen und Leistungen für den Kunden erbringen. Und da ist es enorm wichtig, dass man immer am Ball bleibt. Gerade in unserer Branche mit der Automatisierungstechnik, das entwickelt sich ja immer weiter. Eine neue Art der Weiterbildung hat jetzt Ibiram Amadi durchlaufen. Als erster der 150 Mitarbeiter hat der gebürtige Afghane eine sogenannte Teilqualifizierung absolviert. Ist damit vom Hilfsarbeiter zur Fachkraft für Lagerlogistik aufgestiegen. Es hat sich ziemlich vieles geändert. Ich verstehe meine Arbeit, also jetzt habe ich mehr Spaß. Früher war es ziemlich stressig, weil ich das Ganze nicht gelernt habe. Aber jetzt weiß ich genau, was ich alles mache. Unser Mitarbeiter kann sich viel selbstbewusster jetzt im Unternehmen als Fachkraft behaupten. Er kann verschiedene Tätigkeiten, darf er jetzt übernehmen. Wir haben angefangen jetzt beim Staplerfahren oder auch bei der Transportsicherung. Er hat jetzt die Berechtigungen dazu, die Befähigungen dazu. Und er hat einfach den Hintergrund zu dem, was er vorher schon gemacht hat. Die Teilqualifizierung war in fünf verschiedene Module aufgeteilt. Ging über zwei Jahre. Für Amadi der perfekte Weiterbildungsweg zu einem anerkannten Berufsabschluss. Für uns ist die Teilqualifizierung super, weil unser Mitarbeiter konnte die verschiedenen Module nacheinander Schritt für Schritt einfach versuchen. Er musste sich nicht sofort über die komplette Ausbildung Gedanken machen. Ich verdanke nur meinem Firma, dass ich das Ganze geschafft habe. Die haben immer das mir ermöglicht, dass ich genug Zeit zu lernen habe. Die haben mir auch hier geholfen mit der Sprache. Innovative Produkte bedingen innovative Prozesse. Bei Spangler Automation wird diese Unternehmensphilosophie in die Tat umgesetzt.